Ich glaube, das könnte mal wieder ein sehr, sehr spannendes Video werden. Es müsste mindestens zwei Jahre her sein, seitdem ich das letzte Mal einen Wischroboter ausgepackt habe. Dementsprechend habe ich auch ziemlich viel Innovation in der Richtung verpasst und möchte das in diesem Video zusammen mit euch aufholen. Wir schauen uns mal den SwitchBot S10 an und gucken, was sich in der Zeit getan hat, was diese Teile mittlerweile können und wie praktisch die zu Hause wirklich sind. Aber zunächst mal schauen wir uns das Intro an, dann geht es weiter. Viel Spaß! Zunächst müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen, was das hier für eine riesige Box ist, die ich bekommen habe. Und damit das nicht so bleibt und ich mich eventuell irgendwann mal wieder setzen kann, packen wir das Ding auch direkt mal aus. Das Ganze ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut verpackt. Das erste Teil, was hier rausfällt, ist anscheinend die Station auf jeden Fall. Die packen wir auch erstmal auf Seite und widmen uns dem mittleren Paket, würde ich sagen. Hier haben wir Reinigungsbürsten, Reinigungsmittel und so weiter und den Roboter selber. Und dann haben wir hier nochmal eine zweite Station. Wie immer gehe ich natürlich unvoreingenommen in das Thema rein, aber habe mich zumindest insofern vorbereitet, dass ich schon mal weiß, wofür diese zwei Stationen sind. Und die Idee ist, wie ich finde, ziemlich genial. Und zwar ist es so gedacht, dass der Roboter hier an dieser Station sich, wie man das kennt eben, ganz normal auflädt und sogar, wie man das mittlerweile auch von einigen Robotern kennt, hier einen Schmutztank hat. Sodass, wenn er seine Runde gefahren ist, hier reinfahren kann und seinen ganzen Abfall, den er währenddessen aufgesaugt hat, einmal hier oben in den großen Behälter kippt, den man dann eben regelmäßig reinigen muss. Trotzdem gibt es ja einige, die den Roboter auch gerne zum Wischen benutzen. Ich persönlich auch. Allerdings hat mein alter Roboter immer einen relativ kleinen Tank gehabt, den man mehrmals theoretisch während des Wischvorgangs wieder auffüllen musste. Das erledigt der Roboter in dem Fall auch automatisch, aber nicht in dieser Station, sondern eben in der zweiten Station. Der Vorteil dessen ist, dass die zweite Station eben einen viel, viel größeren Tank hat, den wir dementsprechend nutzen können und auch, und das ist neu, einen Abwassertank hat. Das bedeutet, nachdem der Roboter durch die Gegend gefahren ist, sammelt er das Abwasser selbstständig wieder auf und gibt das hier in die zweite Station mit rein, die wir dann theoretisch händisch auslernen könnten. Aber, und dafür gibt es eben eine zweite Station und nicht alles in einer Station, wir könnten diese hier auch klug platzieren, beispielsweise, und das würde sich ja anbieten im Badezimmer, wo wir ja zum Händewaschen beispielsweise eh schon einen Zu- und Abwasserschlauch haben, den wir eben an diese Station anschließen können. Und damit kann sich diese Station hier komplett selbstständig befüllen und eben auch das Abwasser abpumpen. Teilweise mag es aber vorkommen, dass man an seiner Abwasserstation gerade gar keinen Strom zur Verfügung hat. Und auch da hat Switchboard mitgedacht und sich gedacht, Mensch, wir fahren so einen Staubsaugerroboter durch die Gegend, der ja eh schon an einer Station geladen wird und theoretisch ja als eine Art Powerbank dient, die die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Wenn sich also der Roboter hier das Frischwasser holt, kann er gleichzeitig diese Station hier mit Strom befüllen, der dann ausreicht, um eben Frischwasser zu pumpen bzw. Abwasser abzulassen. Somit müssen wir vor und nach dem Reinigen eigentlich gar nichts mehr machen, außer regelmäßig den, ich nenne ihn jetzt mal Mülleimer, der sich hier drin befindet, zu entleeren. Ob und wie gut das Ganze funktioniert, kann ich logischerweise jetzt noch nicht sagen, weil die Geräte gerade vor mir stehen. Ich würde sagen, wir machen uns aber erstmal an die Einrichtung des Ganzen, stellen das Ganze mal auf und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. So, ich habe jetzt den Switchboard-Sauger wirklich einige Zeit getestet und darf euch jetzt davon berichten, wie das Ganze ablief. Anfangen möchte ich natürlich bei der Installation des Ganzen, denn im Vergleich zu jetzt einem klassischen Saugroboter ist das natürlich etwas mehr Aufwand. Ihr müsst zuallererst natürlich einen geeigneten Platz für die Absaugstation finden. Da muss tatsächlich auch ein Stromanschluss zur Verfügung stehen, damit der Sauger sich einmal aufladen kann. Und zusätzlich müssen wir natürlich auch noch einen Platz für die Frisch- bzw. Abwasserstation finden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt etwas mehr Platz, dann könnt ihr sie, so wie sie ist, einfach in die Ecke stellen, denn oben befindet sich ein Frischwasser- und ein Abwassertank, den ihr einfach nur an die quasi Basisstation anschließen könnt und so das Ganze auch theoretisch ohne Frisch- bzw. Abwasserzugang benutzen könnt. Nachteil ist natürlich, dass dementsprechend ihr irgendwann mal das Frischwasser nachfüllen müsst und auch das Abwasser nachfüllen müsst. Ich habe auch für euch getestet, wie lange das ungefähr dauert, bis man nachfüllen muss. Da kommen wir später noch zu. Jedenfalls könnt ihr die einfach in die Ecke stellen. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch, so wie ich es gemacht habe, das Ganze direkt mit festem Frischwasser verbinden. Und da liegt wirklich praktischerweise echt einiges an Zugehör dabei. Also ich habe mir verschiedenste Möglichkeiten angeschaut. Ihr könntet das zum Beispiel einfach am Waschbecken anschließen. Alternativ gibt es bei mir im Bad noch einen Anschluss für Trockner und Waschmaschine. Auch dazwischen hätte ich das Ganze klemmen können. Also jede Menge Adapter, von denen ich teilweise gar nicht wusste, wofür ich sie brauche. Ich habe jedenfalls die passenden für mich rausgesucht und das Ganze mal angeschlossen. Danach habe ich die Station einmal mit dem USB-C-Anschluss aufgeladen. Das müsste man theoretisch nicht machen. Der Roboter könnte das auch erledigen. Aber für die initiale Ladung wollte ich das eben einmal machen, damit der Roboter nicht seine komplette Ladung erstmal in die Station schieben muss. Danach ging es für den Roboter erstmal einmal durch die Wohnung, um initial eine Karte zu finden. Da hat man zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man lässt ihn einmal schnell durchfahren und quasi die Wohnung scannen. Oder alternativ kann man ihn auch schon direkt in diesem Step reinigen lassen. Ich habe ihn aber erst einmal schnell durchfahren lassen. Das Ganze hat so circa 10 bis 15 Minuten gedauert. Im Anschluss habe ich ihn noch mitgeteilt, wo die Abwasserstation ist. Und danach konnte es auch losgehen. Zum Testen habe ich ihn also einmal durch die gesamte Wohnung fahren lassen. Einmal alles reinigen. Denn ich wollte vor allen Dingen wissen, bringt dieser Abwasseranschluss was? Ich habe ja vorher schon, wie gesagt, einen Roboter gehabt, der auch die Wischmöglichkeit hatte, mit einem Frischwassertank, aber keinem Abwasser. Das bedeutet, der es quasi durch die Wohnung gefahren hat, einmal über den Boden geschrubbt und das Wasser einfach in der gesamten Wohnung verteilt. Da man ja nur das Reinigungstuch tauschen konnte, war ich ehrlich gesagt von der Idee nicht so richtig begeistert. Denn man kann eigentlich überhaupt keinen Schmutz feststellen. Somit stelle ich mir eher vor, dass er ein kleines bisschen den Boden befeuchtet, also richtig sauber machen kann das eigentlich nicht. Dementsprechend wollte ich schauen, ist das hier etwas anders. Und um das auszutesten, habe ich den Abwasseranschluss bei mir nochmal abgesteckt und den an den Tank angeschlossen, sodass er sich Frischwasser aus dem Hahn ziehen konnte, aber das Abwasser eben in einen Eimer befüllt, sodass wir uns danach einmal den Eimer anschauen können und beurteilen, ob der tatsächlich Schmutzwasser enthält oder ob da einfach nur ganz normales Kranwasser drin ist. Gesagt, getan, einmal durch die gesamte Wohnung gefahren und geschaut, wie voll ist denn eigentlich dieser Abwasserbehälter. Und man muss sagen, der war schon ziemlich bis zur Oberkante gefüllt. Allerdings muss man auch sagen, dass ich im Reinigungsprogramm gesagt habe, dass er zweimal durch die Wohnung fahren soll. Das heißt, wir haben ca. 80 Quadratmeter, die er abgefahren hat, mal zwei und dadurch einen quasi vollen Abwasserbehälter. Für jeden von euch, der also überlegt, den ohne Abwasseranschluss zu betreiben, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie oft ihr dann den Abwassertank leeren müsst. Aber positiv gesehen, man sieht auf jeden Fall, da ist ordentlich Schmutz drin. Das heißt, das Teil hat auf jeden Fall irgendwelche Schmutzpartikel vom Boden aufgesammelt. Was ich bei dem Thema noch vergessen habe, ist, es gibt an der Station auch noch zwei weitere Anschlüsse. Zum einen einen Filter, den man zwischendurch reinigen sollte. Ich vermute, das wird eine Art Abwasserfilter sein, falls er mal größere Partikel aufgesammelt hat, um die Rohre nicht zu verstopfen. Und einen Reinigungsmittelbehälter. Praktischerweise liegt wirklich alles in der Verpackung dabei. Auch zwei Reinigungsmittelpads, die man einmal da reinfüllen kann. Das bedeutet also, er verteilt nicht einfach nur Wasser, sondern nutzt auch noch Reinigungsmittel, um den Boden sauberer zu machen. Dementsprechend muss der aber auch regelmäßig nachgefüllt werden. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, finde ich zumindest, ist die Geräuschkulisse. Man hat hier verschiedene Modi. Je nachdem, wie stark der Boden verschmutzt ist, kann man eben den Saug- und Wasserverbrauchsgrad einstellen. Wenn man alles auf die höchste Stufe stellt, hört sich das Ganze ungefähr so an. Das ist allerdings auch noch nicht das lauteste Geräusch. Sowohl das Abpumpen des Schmutzwassers erzeugt einige Geräusche, als auch das Absaugen des Behälters. Das Ganze dauert nur ca. 30 Sekunden, also ist jetzt kein wahnsinnig langes Geräusch. Aber da wird es tatsächlich etwas lauter. Und man sollte sich überlegen, wo man dementsprechend die Absaugstation hinstellt, um nicht genervt zu werden, wenn der Staubsauger fertig ist mit Reinigen. Vor allen Dingen muss man sagen, dass der Wischmob im Anschluss nochmal getrocknet wird. Damit eben nicht unter dem Staubsauger irgendwas vor sich hingammelt, wird der dementsprechend einmal beheizt und komplett durchgetrocknet. Dieser Vorgang dauert so ca. 20 Minuten. Man hört tatsächlich ein leises Lüftergeräusch während dieser 20 Minuten. Das passiert nach jedem Wischvorgang und ich bilde mir ein, dass man tatsächlich in dem Raum auch einen leichten Anstieg der Wärme merkt. Zu guter Letzt kommen wir noch zur App. Die erinnert mich tatsächlich sehr an gängige Staubsaugroboter-Apps. Also nichts Außergewöhnliches an dieser Stelle. Sie wirkt aufgeräumt und mit genügend Optionen. Positiv finde ich auf jeden Fall, dass ihr Software-Updates bekommt. Direkt nachdem ich den ausgepackt habe, konnte ich einmal die Absaugstation updaten, die Frisch- und Abwasserstation updaten und den Staubsauger-Roboter. Also für alle Geräte gibt es separate Updates. Was ich noch nicht gecheckt habe, mich aber tatsächlich sehr interessieren würde, ist natürlich eine Home Assistant-Integration. Ich werde das für euch ausprobieren und einen Kommentar verfassen, indem ich dann nochmal schreibe, ob das geklappt hat. Ansonsten zurück zur App. Ihr könnt einstellen, welche Zonen er nicht befahren soll. Ihr könnt einstellen, welche Zonen Teppichbelag haben, dass er da eben nur saugt und nicht wischt. Und so weiter und so fort. Das kennen wir alles schon von jedem Staubsauger-Roboter. Genauso wie eigentlich auch die Saugergebnisse. Also er saugt gründlich. Aber, und ich finde das sollte in jedem Video eigentlich dazu gesagt werden, kann ich ab jetzt meinen Besen und meinen Wischmau wegschmeißen? Nein, natürlich nicht. Zum einen gibt es immer Stellen, wo der Staubsauger-Roboter einfach nicht drankommt. Und zum anderen ist das eher für den täglichen Schmutz gedacht. Allerdings muss man früher oder später trotzdem einmal eine Tiefenreinigung machen. Gerade hier gibt es Bodenbelege, die man tatsächlich mit extrem viel Kraft reinigen muss. Das schafft der Roboter einfach nicht. Aber wer Haustiere hat, Kinder oder einfach ein kleiner Schmutzfink ist, für den kann das auf jeden Fall eine Erleichterung sein. Bedenkt aber natürlich, dass es bedeutet, man muss sehr, sehr ordentlich sein. Der Boden muss frei sein. Die Türen geöffnet, damit er durch jede Tür durchfahren kann. Wer aber diese Bedingungen erfüllt, dem kann ich das Teil wirklich empfehlen. Link packe ich euch natürlich dazu unten in die Videobeschreibung. Ich bedanke mich an dieser Stelle an Switchboard dafür, dass sie mir dieses Teil zur Verfügung gestellt haben. Werde das Gerät natürlich weiterhin für euch testen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich dann nochmal einen Langzeitbericht dazu veröffentlichen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, klickt gerne auf Abonnieren und helft mir, diese Statistik zu verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.